Oh verdammt! Schon wieder! Weg von dem leuchten der Lemming! Sofort! Auf die Kippen! Und jetzt! Sofort! Auf die Generatoren! Jetzt! Nein! Nein! Was habt ihr getan? Ich... Ich vermute, für Erklärungen bleibt keine Zeit. Ich hatte da so ein Gefühl. Geh vor. Ich folge dir. Ich hatte es vermutet. Spätestens als Juslan und er mich einfach zurückgelassen haben. Den weisen Eremiten sei Dank habe ich dieses Portal gefunden. Und du bist... Mein Schädel. Er... Er fühlt sich an, als würde er brennen. Das muss die Läuterung sein. Wenn sie hier schon so stark ist, dann Gnade denen, die unmittelbar beim Leuchtfeuer waren. Spürst du denn überhaupt nichts? Dann hatte der schwarze Wächter wohl recht. Diese Fleischlosigkeit schützt dich. Beim weisen Eremiten ich... Ich verstehe nicht. Ich meine, du bist doch hier. Ich kann dich sehen. Wie ist das möglich? Kannst du wirklich... Nicht echt sein? Hm. Und jetzt? Deine Entscheidung. Ist sie endgültig? Ja. Du musst die Kapseln bereit machen. Ich werde dann, wie vereinbart, auf dein Zeichen warten. Dann muss alles schnell gehen. Ich weiß nicht, wie lange ich dieses Brennen dort oben überstehen würde. Jetzt geh, bevor es zu spät ist. Und sei vorsichtig. Ich weiß nicht, wie lange ich hier bin.